So, Hallöchen alle miteinander und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nino Kuni 2. Heute kämpfen wir gegen, natürlich gegen einen furchterregenden Drachen. Natürlich, der wird uns nicht umbringen, der ist nur Level 50. Hallo? Nein! Nein! Lass mich leben! Nein! Hä? Hallo? Komm, ja komm! Ja komm! Ich möchte mich dich mal ansehen, du wirst uns sowas von umbringen. Okay, ich hab ihn mal angesehen. Ich hab ihn mir angesehen. Ich hab ihn mir angesehen! Lass mich hier weg, ich bin Arzt. Tschüss, tschüss und tschüss. Ich wollte nur mal kurz sehen, jetzt ist er sowieso weg. Aber wir wollen natürlich zu Dante Marta's Haus, das gleich da unten ist. Und wir können hier nicht runterspringen. Nein, da wollte ich nicht hin. Wobei, ich habe an dem Ort auf dem Foto eine Überraschung versteckt. Wer Lust hat, kann ich mal auf die Suche gehen. Auf die Suche gehen, viel Erfolg! Oh, können wir noch mal eingehen. Mit freundlicher Genehmigung von Meister Njö wird die Würfelfabrik als Mahnmal erhalten bleiben und ist ab sofort für die Öffentlichkeit zugänglich. Bitte beachten Sie aber, dass in der Fabrik keinerlei Mogelwürfel oder ähnliche sittenwidrige Produkte mehr erhältlich sind. Daumen nach oben, Alter. So, dann gucken wir mal, gehen wir mal zu Tante Marta. Tante Marta. Hallo, Tante Marta. Oh, ihr kommt aber wirklich oft vorbei. Was kann ich für euch tun? Ich hatte eine Bitte an sie. Tante Marta, möchten Sie nicht in unser Königreich kommen? Wir bräuchten jemanden, der sich mit Gnuffis auskennt. Ihr wollt mich als alte Frau zu euch nehmen? Möchten Sie nicht? Doch, sicher. Hier ist es recht gefährlich geworden und ich helfe euch gerne, wenn ich kann. Danke. Allerdings, mir wurde etwas Wichtiges gestohlen. Oh, was denn? Die Bürste für meinen Gnuffpott. Sie ist etwas ganz Besonderes. Die sogenannte Wunderbürste kann jeglichen Schmutz im Pott im Handumdrehen entfernen. Ohne den Gnuffpott gibt es auch keine Gnuffis, also brauche ich diese Bürste dringend zurück. Ja, ja. Die Gnuffis entstehen also in dem Topf? Wissen Sie denn, wer der Dieb ist? Das waren diese ungezogenen Schinkele in der Gegend. Ich brauche die Bürste wirklich so schnell es geht wieder. Ich verstehe, wir holen sie zurück. Sie haben ihren Bau in der Wimmergrotte. Ich zähle auf dich. Ja, ja. Wenn du die Bürste zurückholst, komme ich wie versprochen mit in dein Königreich und helfe dir. Auftrag angenommen. Ein paar Schinkillers haben Tante Martas wichtige Wunderbürste gestohlen, verstecken sie nun in der Wimmergrotte. Tante Marta braucht die Bürste dringend, um den Gnuffpott sauber zu halten. Wenn sie die Bürste zurückbekäme, wäre sie bereit, nach Minapolis umzusehen. Dafür gibt es drei Blätterkraut, zwei Stück an der Zahl, 560 EP und 250 Gold. Sorgt mit breit gefächertem Wissen für zusätzliche Expertise in der Gnuffi-Küche. Oh mein Gott, sie ist ein Mensch. Heimat ist Katzwuckel. Beruf Gnuffi-Mama. Hey, ich werde auch Gnuffi-Mama. Alter, das ist mein neuer Beruf. Ich werde Gnuffi-Mama. Soll dieser Tagebucheintrag am schwarzen Brett eingetragen werden? Hä? Äh, ja. Spezialauftrag aktualisiert. Was? Nein. Bei diesen Aufträgen findest du etwas Glück, ein neues Talent für Minapolis. LS-Details. Ich drücke LS. Ja, dieses LS. Spezialaufträge. Spezialaufträge sind kleinere Problemchen. Problemchen oder Aufträge, die Personen überall auf der Welt an dich hereintragen. Schließt du den Auftrag ab, erhältst du eine Belohnung und kannst manchmal sogar ein neues Talent für Minapolis gewinnen. Und, ähm, wie für... Wo kann ich denn die Einträge einsehen? Im Tagebuch? Äh, ich habe... Ah, Tante Martas Wunderbürste. Okay, und hier erscheinen nochmal Spezialaufträge. Kann ich die denn jetzt hier annehmen, oder? Okay, und wenn das Sternchen jetzt da ist, dann wird mir dann der Auftrag notiert. Ich kann mit euch sprechen. Bussle, brissle, bissle, bissle. Was auch immer. Ich kann mit euch sprechen, natürlich. Äh. Wurde mir das Ja, als wurde mir markiert. Okay, ich möchte aber erst mal woanders hin. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, wer zuerst kommt. Genau, das müsste ja irgendwo hier gewesen sein, oder nicht? War das nicht hier? Nö, das war es nicht. War das... Hä, das war doch irgendwo hier. Kann mir keiner erzählen. Irgendwo hier war das doch. Nicht blöd. Wo war denn das? Oder war es hier? Nö. Ein Kraut. Ah. Oh, an der Klippe. Hm, wir sehen uns gleich wieder. So, hier ist der Wasserfall. Wir müssen hier irgendwo fast richtig sein. Kann mir doch keiner erzählen. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Wahrscheinlich der da. Besiegen wir erst mal diese Viecher hier. Besiegen wir sie erst mal. Besiegen wir sie. So. So. Wollen wir nochmal gucken. Sollen wir erst mal den ganzen Stuff hier ein? So. Und ich würde sagen... Hm. Ist es das? Komm, das sieht doch richtig aus. Na, komm. Du erhältst einen Ring der Magie. Wow. Dafür den ganzen Aufwand. Ich meine, vielen Dank dafür, aber... Okay. Danke. Und so. Die Schnitzeljagd war sehr schön, aber gut. Ah, okay. Hier wohnen wir schon mal. Wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin gespannt. In der Wimmergrotte. Jetzt sind die Viecher auch nicht mehr zu stark für uns. Dort, das müssen Schinkillers sein. Die, die diese Wunderbörse geklaut haben. Die schnappen wir uns. Oh yeah. Bringen wir sie um. Alle Level 20. Oh yeah. Damals ward ihr vielleicht noch stärker. Zu stark für uns, aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Habt ihr verstanden? Wow. Du erhältst die Wunderbürste. Ein neuer, wichtiger Gegenstand. Da haben wir ja die Wunderbürste. Bringen wir sie zu Tante Marta. 100 Punkte. Wie? Was? Und vor allem wer? Evan, kennst du die? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe deinen Kampf beobachtet. Deine Stärke ist genau das Talent, nach dem ich suche. Bitte hör mir zu. Die Professorin hat eine wichtige Aufgabe für dich. Das wird lästig. Ich habe sie in den Zehenspitzen. Spezialauftrag aktualisiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde erstmal den ganzen Staff hier einsammeln. Um die mysteriöse Frau kümmern wir uns gleich. Und zwar jetzt. So, dann sprechen wir auch mal mit dem König. Mit dieser Frau. Dann passt es auch. Sag mal, wer bist du überhaupt? Ich bin Profes... Profesor, genau. Ich bin Profes... Ich bin Profes... Was ist denn los? Ich bin Profesor Tramilia. Du bist ja ganz schön vertrauensselig, dich einfach auf eine wildfremde Person einzulassen. Wer spricht hier von einlassen? Ich spreche nur mit dir. Ich habe ein Schwert dabei. Ich habe eine Waffe dabei. Ich habe Bodyguards. Einen Wächter. Hä? Wie? Aber du warst es doch, die etwas von mir wollte. Keine Widerworte, sonst gibt es Punktabzug. Hier, nimm. Den wirst du brauchen. Du erhältst einen Traumschlüssel. Das ist... Ein Schlüssel? 100 Punkte, Watson. Hast du schon einmal von den sogenannten Traumportalen gehört? Die man an verschiedenen Orten der Welt finden kann? Diese Portale werden von einer mysteriösen Kraft geschlossen gehalten. Und niemand weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Aber das wird sich nun ändern. Denn ich, Professor Tramelia, mit einem bescheuerten Namen, habe es geschafft, einen Schlüssel für diese Tore anzufertigen. Äh, das war bestimmt nicht einfach. Natürlich nicht. Aber ich bin eben genial. Ich würde mir am liebsten selbst 100 Punkte dafür geben. Und ich bin so bescheiden. Und wie du dir sicher schon gedacht hast, bin ich nur aus diesem einen Grund hier, weil es im Inneren dieser Höhle ein Traumportal gibt. Aber leider gibt es da ein kleines Problem, das ich bisher noch nicht lösen konnte. Ach was, sowas gibt's auch? Ich bin natürlich unglaublich talentiert und habe Expertise in zahllosen Fachbereichen. Nur leider gehört der bewaffnete Kampf nicht dazu. Aber zum Glück hat sich dieses Problem soeben in Luft aufgelöst. Denn ich habe einen Assistenten gefunden, der mich bei meiner Forschung unterstützt. Das freut mich für dich. Und wer soll das sein? Und dieser Assistent bist du. Was? Damit habe ich nicht. Keine Widerworte. Ich habe gesagt, habe ich gesagt. Sehr, wie das kommt. Ey, weißt du, was du mit deinem Punkt machen kannst? Was für eine ungehobelte Ausdrucksweise. Hast du schon vergessen, wen du vor dir hast? Du solltest dich geehrt fühlen, an so einem historischen Ereignis teilhaben zu dürfen. Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast? Pfff, kannst du hier nicht ausdenken, sowas. Aber ich muss sagen, diese Minuspunkte machen mich irgendwie nervös. Können wir bitte weitermachen? Hinter den Traumportalen müssen sich neun sogenannte Traumfragmente befinden. Es ist eure Aufgabe, sie sicherzustellen. So viele? Wenn ihr mir alle bringt, springen vielleicht sogar ein paar Bonuspunkte für euch raus. Also gebt euch mir. Ich werde zwischenzeitlich nach Goldorado zurückkehren. Wenn ihr die neuen Traumfragmente gefunden habt, liefert sie bitte bei mir ab. Da ich in Goldorado ziemlich viel zu tun habe, werde ich wohl noch eine ganze Weile dort sein. Ihr könnt euch also so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Ich zähle euch auf. Ich zähle euch auf, genau. Ich zähle auf euch. Adieu. Okay. Adieu, Mademoiselle. Ungehobelte Frau. Ich wusste doch, dass das wieder in Arbeit für uns ausartet. Und ich habe so meine Zweifel, ob sie die Bonuspunkte wirklich wert sind. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Punkten soll. Aber die Sache mit den Traumportalen klingt schon interessant. Von mir aus können wir uns das schon mal ansehen. Aber vergiss nicht, wir müssen Tante Marta noch ihre Wunderbürste bringen. Auftrag angenommen. Oh mein Gott. Mit Tante Martas Wunderbürste in der Tasche will Evan gerade den Rückweg antreten, als eine dubiose Frau ihm einen Schlüssel überreicht, der die überall auf der Welt versteckten Traumportale öffnen kann und beauftragt ihn, die dahinter verborgene Traumfragmente für sie zu finden. Sammle die Traumräume auf der ganzen Welt. Neun Traumfragmente. Dafür kriegen wir eine billige Detektorkette. Sagt mir Traumraumerfahrung für zusätzlich XP in Dimensionslaboren. Ja, mach mal. Machen wir das mal. Ein Traum von... Wart auch immer. Okay. Da ist das Tor. Da haben wir uns ja sowieso schon gefragt, was das bedeuten könnte. Eine Pfeilmöhre. Geil. So, dann gehen wir mal... Gehen wir mal... Gehen wir mal... Speichern wir mal kurz hier. Also dann. Legen wir los. Dieses Traumportal strahlt eine merkwürdige Aura aus. Das Portal mit einem Traumschlüssel öffnen. Du kannst dahinter nicht speichern. Du kannst nicht speichern. Traumportal! Was wird uns erwarten? Gefahrenreaktion, bei der das Gefahrenniveau angehoben wird. Aha, und was sagt uns das? Von Bewohnern der Welt draußen. Okay. Eine Gefahrenleiste füllt sich bei Anwesenheit stetig und durch allerlei Vorkommnisse noch steller. Wenn sie bis zum Anschlag gefüllt ist, steigt das Gefahrenniveau um 1. Steigt das Gefahrenniveau, steigt das Level der Monster, was sich zu deutlich mächtigere Gegner macht. Behalte die Gefahrenleiste stets im Auge. Okay. Durch das Besiegen von Monstern in einem Traumraum erhältst du Traumkugeln. Opferst du diese Traumkugeln einer Statue, sinkt das Gefahrenniveau. Allerdings steigt die Anzahl der zu opfernden Kugeln mit jedem Opfer, das du erbringst. Du wirst gelegentlich auf andere Besucher der Traumräume treffen, die dir eine Senkung des Gefahrenniveaus oder auch Traumkugeln anbieten. Allerdings verlangen sie etwas dafür. Auf der letzten Ebene erwartet dich jeweils ein besonders mächtiger Gegner. Erst wenn dieser besiegt ist, gilt ein Traumraum als erobert. Traumräume sind auf der ganzen Welt zu finden. Kannst du sie alle erobern? Ah klar. Okay, wir müssen uns beeilen. Sind wir hier richtig? Man hat ja auch keine Karte, ne? Bringen wir sie um. Töten wir sie. Komm, 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 komm. Ja. Nein, ich wollte doch... Nein, Mann, ich wollte doch... Du greifst zweimal an, du kleiner, mieser Schmoppel, ey. Okay. Okay, ja, es ist wirkungslos. Töten wir ihn trotzdem. Ja, Shanti ist gut. Wir haben gewonnen. Das ist... Lass ihn im Frieden leben. Also wenn ihr keine Karte habt, könnte hinderlich sein. Wir haben gewonnen, ja. Gehen wir mal hier lang. Gibt es hier noch was? Nö. Geil. Das ist eine einzige Sackgasse. Toll, toll, toll. Okay. Also wenn das Gefahrenniveau steigt, dann haben wir hier nichts mehr zu lachen. Wir sind jetzt schon auf Level... Was zum Teufel... Ich sehe nichts. Ja, ja, okay. Da ist noch einer. Hau ab. Hau ab. Stiehlen wir nicht meine Zeit. Da ist ja noch einer. Mann. Ein kleiner Piep, mazt du. So, haben wir gewonnen. Danke. Was können wir hier jetzt machen? Möchtest du zur nächsten Ebene weitergehen oder möchtest du diesen Traumraum hier über verlassen? Gehen wir weiter. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Also auf jeder Ebene müssen wir dann die jeweiligen Dinge finden. Okay. Immer her mit dem Kram. Okay, das ist ein Opferteil. Ich würde sagen, wir warten noch, weil das, wie gesagt, immer teurer wird. Da können wir nicht weiter. Okay, gehen wir voran. Was ist jetzt mit... Was ist mit dir? Die Tür... Erscheint fünf... Traumkugeln nötig, um sie zu öffnen. Ja, klar. Nein, nein. Oh, Mann. Aber gut, die... Die Prozente gehen nicht weiter. Finde ich gut. Ja, ich möchte sie öffnen. Und wir kriegen einen bröckeligen Planierhammer. Okay, schnell weiter. Eben sind wir nach rechts gegangen. Jetzt gehen wir mal nach links. Guck, da ist schon die nächste Ebene. Okay. Wer bist du? Hey, Junge. Was ist denn das für ein Gesicht? Bisschen Schwierigkeiten? Mit sowas ist das so. Oh ja, alles klar. Zurückschrauben. Das kostet dich eine Stange Geld. Zehntausend Gulden. Aber sonst hakt's ja. Glaubt ihr, wer er ist, Alter? Okay, gehen wir weiter. Einfach voll durch. Dieses Betäufer heißt nichts Gutes. Es fühlt sich an, dass wir ein fürchterliche Monster dahinter lauern. Ja klar, natürlich. Bringen wir sie um. Wo sind diese Traumfragmente? War da nicht was? Okay. Traumfragmente. Traumfragmente. Wir müssen noch Traumfragmente finden. Aber wo sind die? Eine turbulente Holzlanze. Das ist okay. Ah, guck mal. Da hinten ist der Boss. Der Angesprochene. Zuerst möchte ich kurz mal... Ja, komm. 15... Alter, okay. Darum kümmern wir uns dann später. Nein, 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 nein. Das war dumm. Friss jenes. Alter, der ist richtig... Der ist miese, fiese drauf. Ziegelit, Mann. Du kleiner Ziegelit. So, hier. Nein, nein, nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein, ach Mann. Jetzt haut ihr ab. Okay. Knoffis. Oh nein, das tust du nicht. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn da ausweichen, hä? Lass mich doch hier durch, Mann. So. So, immer feste drauf, immer feste drauf. Jetzt kriegst du dein Fett weg. Und wir auch. Du kleiner Schmupp. Mann. Hier, friss meinen Scheiß. Komm, der hält nicht mehr viel aus. Der hält nicht mehr viel aus. Oh, yeah. Das hast du nicht gerechnet, ne? Ah. Ich würde sagen, wir haben ihn besiegt. Du hältst das rote Traumfragment. Oh, mein Gott. Okay. Das heißt, wir müssen... Okay, dahinten. Das gefällt mir. Oh, Gott. Es steigt auch nicht weiter. Hm. Das heißt, wir haben es hier geschafft, schätze ich mal. Okay. Jetzt können wir noch die Truhe da hinten öffnen. Öffne dich, öffne dich, öffne, öffne, öffne dich. Natürlich. 15 Traumkugeln, das heißt auch was Gutes. Oh, du hältst einen kühlenden Zweiteiler. Okay. Eine Axt. Super. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finden soll. So, war hier noch irgendwas. Wir können uns hier nochmal umsehen. Okay. Da hinten habe ich alles wegräumt. Oh, Gott, Alter. Ist schon eine geile Idee. Finde ich super. Ich mag diese Räume jetzt schon. Hier ist noch was. Okay, Gesundheit. Weiß man natürlich vorher nicht. Da hätte ich einen anderen mitgenommen. Hey, Schoronat oder so mitgenommen. So, okay. Gehen wir weiter. Möchtest du dieses letzte Portal durchschreiten und so den Traumraum entkommen? Raus aus dem Traumraum. Okay. Okay, also wir sind bis zum letzten hingekommen. Und haben da ein Traumfragment bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage. Du hast alle Ebenen erhobert und bist unbeschadet entkommen. Sammle einen Traumraum. Ach so, okay. Ah, okay. Ich dachte, hier sind neun drinnen versteckt. Aber es gibt anscheinend neun Traumräume. Und da können wir dann die jeweiligen neun Fragmente bekommen. Okay. Ich habe jetzt natürlich mit ein bisschen mehr gerechnet. Also mit ein paar mehr Traumräumen. Und dass da jeweils immer neun Stück drin sind. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Tante Marta wieder. Also, macht's gut. Bis gleich. Du übergibst die Wunderbürste. Vielen Dank. Damit wird der Gnuffpott blitzblank. So gibt's wieder viele neue muntere Gnuffis. Alles klar, meine Kleinen. Ihr passt in meiner Abwesenheit auf das Haus auf, ja? Hui. Dann brech ich mal wie versprochen in dein Königreich auf, Evan. Ah, wofür? Erledigt. So, wo sind denn meine Zähne? Die muss ich mitnehmen. Darf ich nicht vergessen. Totale Gnuffili. Okay, alles klar. Tante Marta, folg dir nach Minneapolis. Okay. Donnerwetter, ist das dein Schloss? Du hast dir hier ein schönes Plätzchen ausgesucht, mein Junge. Ja, ja. Freut mich, dass es dir gefällt, Tante Marta. Und vielen Dank noch einmal, dass du uns hilfst. Aber mit Vergnügen. Ich glaub, hier würde es mir gefallen. Vergiss nicht, wenn du Tante Marta eine Aufgabe zuteilen willst. Befiehl dies von deinem Thron aus. Mit Order Königreich aufbauen. Dann will ich mal allen Hallöchen sagen gehen. Wenn du eine Aufgabe für mich hast, lass es mich wissen, ja? Okay. Okay. Setzen wir uns auf unseren Thron. Es gibt da noch etwas anderes, das wir besprechen müssen. Wenn du etwas Zeit entbehren kannst, sag mir Bescheid. Ja, verstanden. Errungstoff freigeschaltet, Talentsucher. Ja, komm. Roland, du wolltest etwas mit mir bereden? Ja, aber vorher sollten wir die anderen herholen. Und was hast du auf dem Herzen? Mach eine ziemlich ernste Miene, wenn du mich fragst. Hm, 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 hm. Dank der guten Zusammenarbeit aller konnten wir ein Schloss mit diversen Einrichtungen erbauen. Minapolis hat sich bereits gut entwickelt. Aber um es offen zu sagen, dieses Land hat keinen Rückgrat. Was soll das denn bitte bedeuten? Dieses Land setzt sich aus vielen verschiedenen Völkern zusammen. Um alle diese Völker zusammenzuführen, brauchen wir ein gemeinsames Symbol. Ein Symbol? Nun, welche Werte vertritt unser Land? Was soll dieses Land beschützen? Und wohin soll es sich entwickeln? Um es genau zu sagen, was ist dein Ziel? Wir brauchen etwas, das dieses Ziel symbolisiert. Ein Symbol, unter dem sich das Land vereint. Solange wir das nicht haben, sind wir kein echtes Land. Das Symbol unseres Landes. Hm. Du bist der König und es ist objekt, dir zu entscheiden, wohin sich das Land entwickeln soll. Wie stellst du dir das Land deiner Träume vor? Hm, das Land meiner Träume? Ich will ein Land, in dem alle glücklich sind und in Frieden leben können. Ich weiß, was du damit meinst, aber geht es nicht etwas konkreter? Ich hab's! Ein Land ohne Rivalitäten und ohne Krieg, das will ich. Verständlich, aber wenn du mich fragst, ziehen die wenigsten in den Krieg, weil sie es für eine lustige Freizeitbeschäftigung halten. So wie wir Luftpiratenprobleme mit den Würmen hatten, gibt es auf der ganzen Welt viele Völker, die wegen ihrer unterschiedlichen Denkweisen aneinandergeraten. Das lässt sich kaum verhindern. Er hat recht. Das ist aber genau, was ich möchte. Ein Land, in dem es diese Streitereien nicht gibt. Und das soll auch unser Symbol ausdrücken. Du scheinst fest überzeugt. Dann sollten wir uns zunächst mit dem Ausland genauer befassen. Ich kenne mich, was diese Welt betrifft, leider noch nicht besonders gut aus. Wenn ihr Infos braucht, kann ich euch Irmas Archiv in Goldorada empfehlen, Kenners. Dort gibt's bergeweise Aufzeichnungen zur Geschichte dieser Welt, in denen ihr nach Herzenslust schmökern könnt. Gute Idee, in den Archiven eines großen Landes findet man sicher so einiges heraus. Es kann nicht schaden, dort mal vorbeizuschauen. Neuer Tagebuch eintrag, ein Land braucht ein Symbol. Es gibt neue Einträge und Kommentare, lesen wir sie gleich mal. Eine Skizze aus einem Waldstück, das ich beim Spazieren entdeckt habe. Die Wurzeln scheinen fast ein Tor in eine andere Welt zu bilden. Was passiert, wenn man dadurch hindurch geht? Habt ihr den Mut dazu? Hm, ein Traumtor. Eine Freundin wollte mit mir eine Mutprobe machen. Wir sind in die Todesgrotte gegangen. Seht ihr das da hinten im Bild? Hoffentlich ist das kein Geist. Ich will nicht verflucht werden. Wo ist denn die Todesgrotte? Wäre schön, wenn man diese Orte hier markieren könnte auf der Karte. Äh, es geht scheinbar nicht. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal noch auf den Thron und lassen so die Folge ausklingen. Wir bauen jetzt noch ein bisschen an unserer Stadt weiter. So, was gibt's denn? Die Königkasse hat sich ein bisschen gefüllt. Dank den Bemühungen der Bevölkerung haben wir insgesamt 931 Kilogramm eingenommen. Nein, Kronen. Jeder fängt mal klein an, Evan. Ich finde das voll viel. Hallo? Das ist doch richtig viel. Warum? Ich finde das voll viel. Und er sagt, das ist voll mickrig, Alter. Okay, wo war dann Marta? Marta, Marta, Marta. Talent zuweisen. Zuweisen. Oh, Tante Marta hat so die fette Eignung dafür. Jetzt ist natürlich die Frage. Tante Marta hat eine gute Gnuffie-Eignung. Nür hat auch eine gute Gnuffie-Eignung. Sie hat auch eine gute Gnuffie-Eignung? Wir haben so viele gute Gnuffie-Eignungen. Okay, weisen wir hier mal Nür mit rein. Waldhüterscharme. Ich meine, er ist halt so ein Natur-Typi. Da können wir... Ja, ich würde sagen, das passt ganz gut. So, erforscht mal eine Runde. Ähm, Gnuffie-Kunde. Eins kostet 150 Kronen. Die Erforschung wird ungefähr 13 Minuten dauern. Jetzt ist natürlich die Frage. Wenn ich das Spiel ausmache, geht es dann weiter? Die Gnuffie-Küche beginnt mit der Erforschung. Okay. Äh, jetzt ist natürlich die Frage. Gehen wir nochmal zu den anderen Sachen hier. Hm, hier bist du genau richtig in Sachen Rüstung und Accessoires. Das heißt, hier brauchen wir einen Schmied. Sehe ich das richtig? Äh, du bist schon zugewiesen. Shanti hat kein Talent, was Schmiede-Sachen angeht. Du auch nicht. Oder doch, doch, das ist diese Hammersache, ne? Ähm, Shanti hat 30. Penny hat 50. Weisen wie immer Penny zu. Ähm, und ja, das war's dann. Forschen, Rüstung. Die Expertise der eingesetzten Zellanderer reicht nicht. Oh, okay, okay. Wie viel brauchen wir denn? Wo sehen wir denn das, was wir brauchen? Warte, wo sehen wir das denn? Die Expertise der eingesetzten Talente reicht nicht zur Erforschung. Wo sehen wir denn unsere Expertise? 100 Expertise brauchen wir. Okay, ja, ist ja gut. Nein, 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 nein. Ich hab's doch gesehen, ich hab's doch gesehen, danke. So, wir brauchen nochmal einen mit 50. Shanti hat nicht genug Talent. Ähm, wir haben sowieso keinen mit genug Talent, also erforschen könnten wir es ohnehin nicht. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Ähm, Magielabor. Talent zu weisen. Ähm, okay, dann weisen wir hier Penny zu. Ja, möchte ich. Weil sie hat mehr Magietalent als... Okay, du hast noch Magietalent. Du hast nicht genug Magietalent. Mianton. Machen wir dich hier rein. Du bist ein Kochkünstler, aber du bist noch ein guter Magier. Ich möchte forschen. Magieleitfaden. Das wird 27 Minuten dauern. Immer her damit. So, was jetzt? Ist natürlich die Frage. Warte, ist das hier? Können wir mal kurz gucken. Forschen. Dafür bräuchten wir 170. Und das kostet 1350. Alles über Nahkampfwaffenteil 2. Lerne einfache Waffen herzustellen. Ah, ich will jetzt nicht so viel Kohle ausgeben. Was ist das hier eigentlich? Königskasse erweitern. Einfluss von mindestens... 200.000. Okay. Erweiterungsbedingungen nicht erfüllt. Wir brauchen dafür den Rang 2. Okay. Außerdem braucht man... Muss man 25 Talente ein... Anwerben und 10 Einrichtungen bauen. Dann machen wir uns doch mal daran, ein paar Einrichtungen zu bauen. Ein Monsterjägercamp. Boah, geil. Monsterjägercamp. Ich glaube, da konnte... Oder... Nee, wo war Schanty gut? Bergbau, ne? Oder? Nee, ich mach jetzt erst mal. Monstercamp. Das hört sich viel voll lustig an. Außerdem sind die Anfangssachen ziemlich billig. Monstercamp! Boah, geil. Sieht super aus. Monsterjägercamp ist fertig. Weisen wir mal ein Talent zu. Shanty, ich würde sagen. Sagt mit dir am Abendheuer für Ausbeutung. Okay. Ja gut. Wo könnten wir Shanty gebrauchen? Im Bergbau. Ne? Okay. Wir brauchen Bergbau. Platz für Kaserne. Platz für Kaserne. Pennysmarkt. Dosenfischmarkt. Platz für gemütlichen Bazar. Delikatz. Schreinerei. Das Meta-Labor. Ja, natürlich könnte ich dir die ganzen Sachen schon zuweisen. Aber wir haben noch gerade nicht genug Einwohner, um hier Leute zuzuweisen. Bergarbeiterstation. Hey. Einrichtung bauen. Natürlich. Immer her damit. Bergarbeiterstation ist fertig. Talent zuweisen. Shanty. Ist voll in Gräberstimmung. Was heißt das? Gräbt sie da jetzt so Sachen aus? Richtig gut. Erweitern. Du hast nicht genügend Kronen. Okay. Aber sie ist schon mal in Gräberstimmung. Das heißt, sie ist hier schon mal ganz gut angelegt. Ja. Gut. Ich würde sagen, mehr können wir hier momentan noch nicht machen. Sagen wir nochmal die Königskasse ein. Danke. Danke. Okay. Es ist jetzt natürlich die Frage. Füllt sich das Automat? Warte. Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht fertig. Denn wenn es so ist... Warte. Talente. Okay. Gucken wir uns mal hier weiter um. Einrichtung. Schloss Minapolis. Blablabla. Forschung. Überprüfen wir den Fortschritt deiner Forschung. Ähm. Mal nochmal Königreich ausbauen. Wie viel hast du gekostet? Forschen. 1350. Ah, schade. Wenn ich das noch ein bisschen füllt, dann können wir das als nächstes ausbauen. Ich glaube sowieso, dass wir so viel nicht mehr machen können. Naja, okay. Ich würde sagen... Ich bin noch nicht fertig. Ja, zurück in die Stadt. Ah. So. Dann müssen wir... Ja, Traumfragmente. Blablabla. Okay. Steht das da jetzt die ganze Zeit? Ich würde gerne... Warte. Tagebucheintrag. Tagebucheintrag. Ähm. Ein Land braucht ein Symbol. Blablabla. Tante Martha. Ja, aber steht das da jetzt die ganze Zeit? Hier, wir wollen aus der Stadt raus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen nach Goldorado, ne? Dieser kleine Kochjunge, der wollte noch mit uns sprechen. Tun wir das nochmal? Hi. Willkommen, Majestät. Was wünschst du dir heute zu trainieren? Ich koche, lieber kaufen... Ach, ich habe ihn schon mal angesprochen. Er hat gesagt, dass wir hier kochen können. Und wenn er was gekocht hat, wir müssen ihm halt Zutaten bringen, weil wenn wir was gekocht haben, dann brauchen wir ihm keine Zutaten mehr bringen. Ich koche. Hefebrötchen. Okay. Machen wir mal Hefebrötchen. Hm. Joa, komm. Wir haben genug. Machen wir mal 10 Hefebrötchen. Ne, machen wir 5 Hefebrötchen. Herstellen. Ah. Wir sind ein Hobbykoch. Und mehr geht scheinbar noch nicht. Dann müssen wir das scheinbar... Ich koche. Okay, dann kann man das jetzt nur Hefebrötchen machen. Für mehr müssen wir wahrscheinlich seine Kochkünste aufbereiten. So, schauen wir uns hier auch nochmal um. Hallo. Ich gebe dir mal einen gut gemeinten Tipp, Evan. Mach Penny bloß nie wütend. Ich zittere immer noch, wenn ich daran denke, wie sie mich letztens zusammengefaltet hat. Okay, Waffenwerkstatt und Atelier. In der Waffenwerkstatt können Waffen, sonstige Ausrüstung und Atelier hergestellt werden. Treibe die Forschung dieser Einrichtung voran, um deren Bandbreite zu erweitern. Je mehr Materialien du bei der Herstellung einsetzt, desto besser die Qualität des Endprodukts. Noch dazu erhält es dadurch bestimmte Zusatzwirkungen. In der Werkstatt und im Atelier kannst du zudem deine vorhandene Ausrüstung verstärken. Auch dazu werden bestimmte Materialien benötigt. So kannst du beispielsweise bei einer Waffe Angriff oder Magieangriff erhöhen und so deine Waffen nach Wunsch verstärken. Allerdings ist für jede Ausrüstung nur eine bestimmte Anzahl an Verbesserungen möglich. Ist diese erreicht? Ist keine weitere Veränderung möglich? Okay. Dann schmieden wir mal eine Waffe. Was wäre denn gut? Ja, sowas Billiges will ich nicht. Warte, warte, was machen wir jetzt? Wir wollten eine Waffe schmieden. Das sind doch unsere Waffen, oder nicht? Mäuse ab, mir jaxt. Der Brecher. Wir brauchen dafür 10 Kupfererz, oder? Nee, das brauchen wir nicht. Okay, wir brauchen eine Flussmuschel. Okay, dafür brauchen wir Azurid. Davon haben wir genug. Das können wir auch gleich mal machen. Ein Plätierhammer. Wie sieht es mit den Lanzen aus? Okay, die Lanzen sind ja... Wow, die sind ja... Eine Schieferlanze. Die können wir machen. Boah, Alter. Geil. Ich würde sagen, wir investieren mal ein bisschen in Waffen. Zuerst werden wir mal in ein fettes Soldatenschwert investieren. So, dann gucken wir mal hier, was wir hier machen können. Hm, natürlich... Hä? Ah, okay, okay. Je mehr Silbererz, desto mehr... Boah, desto mehr Angriff ist da auch drauf. Okay, Chance auf kritische Treffer. Warte, warte, okay. Machen wir mal so. Jetzt haben wir die Chance auf kritische Treffer. Können wir jetzt noch was anderes da hinzufügen? Nee. Wir können nur Silbererz als Veredler hinzugeben. Ich würde sagen, dann sparen wir uns das und machen nur Silbererz drauf, dass wir doch die Chance auf kritische Treffer haben. Stell das mal her. Ja, ich möchte 700 Gulden dafür ausgeben. Sehr schön, geil. Wir haben unser erstes Schild geschmiedet. Ja, rüste das mal aus. Und zwar nehmen wir weg das verwirrende Shamshir. So, als nächstes möchte ich gerne die Schieferlanze haben. Ähm, okay. Chance, Gegner zu verwirren. Ja, besser kann es doch gar nicht sein. Auf jeden Fall. Herstellen. Ja! Verwirrende Schieferlanze. Die wird uns auf... Ja, natürlich. So, die schwächste kommt raus. Und dann haben wir da unten noch... Ähm, ein Pletierhammer. 57 oder der Brecher. Boah, Silbererz ist ja wichtig, ne? Ha. Wo kriegt man denn Silbererz her? Hm. Sechs Stück bei Chance auf kritische Treffer. Aber eigentlich, nee, okay. Ich möchte meinen Silbererz momentan ein bisschen sparen. Äh... Und das reicht auch momentan? Jetzt können wir noch hier vorbeischauen. Verkommen Sie die Schuhe schon. Können wir hier Silbererz kaufen? Wo können wir denn Sil... Oder finden wir das nur? Weil Silbererz ist halt wirklich wichtig. Nee, 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 nee. Dann schauen wir hier nochmal vorbei. Ausstattung herstellen. Boah, geil. Okay, das ist alles komischer Kram. Atelier. Das können wir nur herstellen, oder was? Ah, wer will denn schon... Wer will denn schon so eine Kluft haben? Wir müssen das erstmal verbessern. Dann bringt das uns was. Ja, okay. Ist halt noch auf Level 1. Dann gucken wir mal hier. Die Magiesachen. Lernen Verbesserung von Magie. Im Magielabor kannst du neuen Zauberlernen. Die den Gruppenmitgliedern dann im Kampf als Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Auch Zauberlernen von Zaubern werden Materialien benötigt. Und wie die Waffen können auch manche Zauber nur von bestimmten Charakteren erlernt werden. Bereite deine Gruppenmitglieder mit Angriffsmagie, aber auch Heilmagie oder andere Hilfsmagie auf, bevorstehende Kämpfe vor. Je eher, desto besser. Okay, okay, Evan. Feuerball. Prächtige Koralle brauchen wir, um das aufzuleveln, nehme ich jetzt einfach mal an. Haben wir nicht eine prächtige Koralle? Die haben wir doch eingesammelt. Du hast nicht genügend Materialien. Okay, dann macht das mehr Schaden, nehme ich einfach mal an. Feuerball. Boah. Ich würde sagen, dich werden wir sowas von verbessern. Ich habe mich schon gewundert, was das die ganze Zeit mit Level 1 und so soll. Freigeschaltet. Rotwurz haben wir zwei. Ja, mach nochmal. Ich frage mich. Macht das jetzt mehr Schaden? Okay, jetzt sind wir Level 3. Bei ihm können wir gar nichts machen. Okay. Weil er keine Zauberfähigkeiten hat, ne? Zum Erlernen dieses Zaubers ist weitere Forschung nötig. Shanti, wie ist es bei dir? Erzeuge eine Nadel, die getroffenen Feinde einen Elektroschock versetzt. Können wir verbessern? Machen wir. Machen wir so viel, wie es geht. Level 3 geht auch. Level 3 geht auch. Sehr schön. Und Level 4 müsste doch auch noch gehen. Geht auch noch Level 5. Dann sind wir gut dabei. Wahrscheinlich nicht. Doch, geht. Hey. Wuh. So, sehr schön. Blitzlicht wurde verbessert. Blitzstrahl kann nun erlernt werden. Für 1500 Gulden. Hä? So, wir lernen dieses Zaubers. Achso, okay. Alles klar. Okay. Miste Steinbrecher. Wir brauchen noch für Gelbwurz. Okay. Das können wir also noch nicht verbessern. Alles klar. Dann gehen wir nochmal hinten. Schauen wir uns hier nochmal um. Gehen wir nochmal da hinten hin. Wir haben hier einmal die Gnuffi-Küche. Die Gnuffi-Küche ist der Ort, an dem die Gnuffis entstehen, wirft die richtigen Materialien in den mysteriösen Topf und werdet Zeuge dieses einzigartigen Naturschauspiels. Über die Gründe ist nichts genaueres bekannt, aber Tante Marta zufolge ist jeder Gnuffi einzigartig und kann nicht reproduziert werden. Okay. In der Gnuffi-Küche kannst du zudem das Können deiner Gnuffis verbessern. Je mehr sie die Materialien mögen, die dazu verwendet werden, desto größer der Effekt. Okay. Gnuffis erschaffen, Gnuffis großziehen. Dann gucken wir mal. Was? Lieb Licht! Die niedliche! Oh! Doppler-Lichtspiel-Lichtbrecher. Wollen wir mal lieblich die Lippen? Komm, wir schaffen einen. Oh! Lieblich die niedliche! Ja, das Licht der Welt erblickt. Oh! Okay. Gnuffis großziehen. Was haben wir denn hier? Ähm, die mit dem Haken haben wir ausgewählt. Lieblich die niedliche. Okay. Saurum der Bändiger. Gucken wir mal. Ihr mögt also Milch. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was... Wie müssen wir ihm denn geben? Wo sehe ich denn, wie viel ich ihm gebe? Ist vernatelt in Milchprodukte. Okay, geben wir ihm das mal. Ah, okay. Da sehen wir es. Ich würde sagen, wir machen dich mal auf Level 3. So. Hui! Sehr schön. Saurum der Bändiger hat ein neues Level erreicht. Level 3. Sind die Kosten jetzt höher? Aber was bringt denn das dritte Level? Ist er jetzt stärker? Ich sehe halt nicht, dass er irgendwie stärker wird. Aber wir machen das immer mal langsam. Oder wurde er stärker? Ich glaube, er wurde stärker, ja. Ähm. Laubnuff, der Bunte. Pusti, der Verwirr... Oh, ich liebe die Namen, ne? Robbennuff, der Held. Wirbelapfel. Ey, nein, nein, nein. Nein. Ja, 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 ja. Komm, zum nächsten Level bringen wir dich noch. Sehr schön. Oh. Okay, ja, der Angriff und so steigt. Alles klar. Okay, natürlich lieblich die Verwegende, weil wir auch auf Level, weil wir sie schon gerade gekauft haben. Außerdem haben wir dafür ziemlich viel, was wir benutzen können. Die können wir gleich auf Level 3 machen, weil wir davon so viel haben. Boah, alter. Äh. Okay, großziehen. Hui. Lieblich, die niedliche hat ein neues Level erreicht. Müssen wir auch gleich noch ausrüsten, da muss ich dran denken. So, dich haben wir noch ausgerüstet. Fung. Wir müssen dran denken, dass wir einer setzen werden. Pusty, der Verwegene, hat... Ah, der hat... Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich vom Goofy austauschen und Pusty werden wir mal hoch machen, weil er hat noch den... Heil-Effekt dazu. So, dann machen wir dich mal... Was verschwenden wir hier eigentlich gerade? Irgendwelche Ballen? Okay, Level 3. Sehr schön. Großziehen. Hui. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein verwirkenes Team. Könnten wir... Was mochtest du noch? Einen Wirbelapfel? Okay. Das wäre zu viel. Das können wir uns sowieso nicht leisten. Okay. Jetzt gehen wir noch ins Monster Camp. Das nämlich besetzt ist. Deswegen können wir da wahrscheinlich nicht rein. Und hier unten war irgendwo... Genau. Shanti. Ich würde gern mal wieder auf den Schwalber-Toss fliegen. Es gibt nichts Schöneres, als den Wind in den Haaren zu spüren. Findest du nicht auch? Außerdem darf ich nicht aus der Übung kommen. Am besten fordere ich Pia zu einem Rennen heraus. Was bringt das denn jetzt hier? Äh... Regierungsmodus, Königskasse. Immer her damit. Und Materiallager. Ah, nein, nein, nein. Materiallager. Ah, okay, ich verstehe, da kriegen wir Silbererth und so her. Ich verstehe. Ja, immer her mit den Materialien. Boah, geil. Ich würde aber sagen, wir sprallen jetzt trotzdem unser Geld und geben es jetzt nicht für hier die Weiterentwicklung aus. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag, Monat, Abend, Jahr, Woche, was auch immer. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020